Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroyP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In den letzten Folgen haben wir ja den Hades Cup bis zu Platz 10 gemacht. Und jetzt machen wir die letzten 10 Plätze noch mit einem tollen neuen Schlüsselschwert. Und ja, Platz 9 kommen wir eher auf mich zu, auf dass ich ihn vernichten werde. Wenn wir das wieder in 10 Minuten schaffen, dann machen wir auch schnell Hercules Cup, welcher auch sehr, sehr schnell erledigt werden sollte. So, guck mal, ich hab ein neues Schlüsselschwert. Klauso viel abzieht. Ich wollte erst XP Zero aktivieren von meinen Abilities. Weil ich finde Level 60 ist schon stark genug für den letzten Boss, aber lass mal dat. Ach. Wie ihr sagt, der letzte Kampf ist lang. Also, ich tu wahrscheinlich allen gefallen, wenn ich ein bisschen stärker bin und dann da reingehe. Mit der Kampf schneller vorbei ist. Und jetzt ist es nicht wirklich so, als wären die Kämpfe so geil, dass ich ein bisschen länger davon haben möchte. Ich glaube, jeder wird verstehen, was ich meine. Jeder hat das Spiel kennt. Brutale habe ich auch nicht reingenommen. Übrigens, weil... Ja. Mach ich noch stärker werden. Ja, wir schön grief als Anhänger. Oh, geil. Der Löwe von Squall. Ja, Anhänger. Ne, Quatsch. Den seinen Regenballabgift drauf, glaube ich. Ich glaube, der hatte auch eine Kette. Der Löwe, der hieß Griefer. Den man zwar auch unbedingt konnte, aber... Griefer. Genau, die sind alle nach Hamburg. Da sind wir gerade. Oh. Gut gemacht, Rufi. Mach. Nein, nein. Gut. Er wollte schon wieder sein Schwert hier machen. Ist auch noch jemand übrig. Da kommen wir ja. Mal gesehen, wie da drei von diesen Typen... Warum kann ich das nicht zufassen? Exakt zur gleichen Zeit gemacht haben. Wie gut abgezahlt muss man das schon sein, ey? Du hast drei von diesen Viechern genau zur gleichen Zeit exakt diesen Angriff gemacht haben. So, und hier ist meine Frage. Wie haben wir es diese Pilze geschafft zum dritten Platz, äh, zum sechsten Platz? Wir haben hier es geschafft, alle Plätze davor zu erledigen. Wir haben hier es geschafft, den Balmots, den Cerberus und Cloud und Leon zu erledigen. Oder Hades. Wir haben hier es zum sechsten Platz geschafft. Und erklär mir das einer. Aber die Welt funktioniert sehr merkwürdig. Enking in einem Haar. Und hier ist das, was ich glaube, ich habe auch Zeit zu machen. Belohnungsmäßig. Ich glaube, ich kriege Glückspilze da irgendwie so was. Er hat man sich gebraucht, um einige Materialien zu finden. Ich bin nämlich auf den Nerven. Ich habe nämlich gar kein Glück. Ich bin nämlich auf den Nerven. Das ist halt nervig. Aber gut, ich habe eine AP, ne? Ich habe Angst vor dem. Eine AP-Balken, mit dem kannst du mich entschlagen. So, zwei von diesen, die ich habe. Ich bin auf drei Plätze. Dann haben wir es durchfacht. Dann müssen wir gegen den überstarken letzten Gegner hier kämpfen. Das war sarkastisch gemeint, übrigens. Letzte Gegner, das ist eine absolute Lache. Das habe ich schon gesagt, ne? Jetzt kann ich ja nicht wieder erledigen. Ich muss warten, bis zum Zeitpunkt kommt es. Ach. Auf den. Immer stehen bleiben. Wer du machst jetzt das mit deinen Augen? Dann muss ich schon wieder warten, dass du damit fertig bist. Ach. Hey Gott. Sei von den Viechern. Guck's dir an. Guck's dir an. Monster Hunter all over again. ok wie war ein spaß maria und defender diese wo ich das hingewacht hat der Tor der Tor, oh mein Gott das Glück taunt mir, also noch am Anfang das ist in mir, hier ist es 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 in mir erst mal hier also kommen erwartet war ich dachte, er ist direkt weg, wenn ich auf ihn losgehe extra gewartet er macht ihn natürlich wieder so, wenn er das Spiel hat Schatten Quasar und Engel Schwinge wuff, weg mit euch ich habe nicht Zeit, um zu dealen mit deinem Vollkrieg ich habe nicht so lange hui aber gut dass sie nicht nur das gegen mich einsetzen ist ein bisschen dass es dann geht da immer noch die spieler abbezielt sind jedes mal also kino hat zwei glaube ich auch wieder gehen das ja keiner tschüss oh ich glaube da wäre der schickant verdammt oh leid das ist aber quitt widerschaften quasi hat sich ja wenn ich auf jemanden losgekommen die mit das ecke im letzten mal eine steckte schwerte ein da habe ich nicht gemacht das war schon okay ich dachte war euch der zweite gegen den kämpfer jetzt granitos aus herkules mein gott was soll mir gegen das wie ich dann machen wir reifen die beile an da war glaube ich noch einer von seinen 34 und dann fällt da oben da kann man seinen kopf angreifen wer macht natürlich nicht ganz ehrlich an boden stampfen und vom boden die auch vielleicht zieht es ein bisschen viel ab aber trotzdem trotzdem ist lachen und macht ihr vorher alles gekämpft haben die lange macht es auch mal solange ich mich immer heile ist auch kein problem wahrscheinlich steht der angreif auch sehr wie wenn ich davon getroffen werden aber ja wenn ich davon getroffen werde jetzt falle ich wieder um dann man alter jeder hoch danke was hat er schon aussicht von ihr ja einfach nur angreifen und dann gewinnt man ich nehme an wenn man nicht trotz kopf oder dick schädel hat dann ist der kampf ein bisschen schwieriger aber naja naja was hätten wenn man direkt da ist wo der auf die schnauze fällt wenn man dann zerquetschen ist sofort tot das muss man aufgebären das kommt halt an das ist auch kein kampf das ist eine geduldsprobe das war sogar knapp war angst kraft noch mehr herrwoll sollte zu viel mp wie hp jetzt oder möglicher ja das war er der erste platz der bärmacher stärker ja das war einfach dann machen wir mal naja kein großproblem gerade jemand meine haare löscht so rat triogramm erlernt ja lange fliege einsetzen weil wahrscheinlich nicht und zwar mp der gruppe werden exklusiv von dem feinde plan mitgliedern müssen der nähe sein mp minus drei ja wenn man ausrüstet ok ja ja nimmt irgendwie die mp und entlebt sie in einen angriff gegen die zeit ich hoffe ich habe das noch nicht gemacht aber noch den hercules kopf auf gegen die zeit wird ja auch kein problem sein jetzt drei minuten nach er denn hercules könnte noch ein bisschen lange dauern und etwas weniger nervigere gegner und dann vielleicht zu packen sein dann können wir schon in der nächsten part gegen den letzten boss kämpfe geil war und nicht mehr in dieser aufnahmesession und jetzt kann man vielleicht etwas test terrier aufmachen weil es so spät war schon 15 sekunden pro kampf bis jetzt cloud kommt ja auch noch glaube ich so am 4 oder 5 platz weiß ich jetzt nicht wo ich mich nur bei hercules bei ok blitz kann ich auch ein paar mal einsetzen oder noch irgendetwas machen wenn es ein paar hat wenn ich so weit von blitz einsetzen genau so oh man echt sagt weg und weg seid ihr sage ich euch hier seitens weg könnte aber knapp werden davon gehe ja da muss ich ja ein bisschen schneller machen ein paar dann fangen an ich habe zwei vier innen für wer innen für hatte man hat wenn innen hat bis so sowas konntag vorhin damit okay wieso dauert hat auf einmal so lange ich glaube ich auch gar nicht auch man okay da könnte es doch klapp werden ich glaube ich hatte noch in einer minute schaffe verdammt man 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 es kommen noch zwei kämpfe glauben da kommt herrkules vielleicht so angeführt beträubung stand also gehen soll das kam wie gerufen hat könnte es knapp werden zerstören ganz schnell bitte noch jemand gemacht das muss ich in 42 sekunden herrkulärschaft gehabt jetzt habe ich glaube ich nicht noch ein bisschen zeit zugeschrieben nein verdammt war da auch wieder zeit jetzt geht es in die offensive weil das gibt es doch nicht ist noch stärker werden dreck also wenn ich antun man sich angreifen kommen man na gut dann können wir ja ja zum ende der welt so vergesse ich meinen namen was man kann ich das nicht untersuchen noch kommt dann irgendwas ich glaube nicht war dann warte mal hier gibt es noch was glaube ich da wie heilkorn halten gehen der lehre okay dann muss ich sagen den part haben wir erfolgreich abgeschlossen bis auf den herrkurs klub und dann sage ich wir sehen uns in der nächsten folge dann im letzten kampf wieder ich bedanke mich alle jetzt schon und sagt tschüss bis zur nächsten folge